Geschichtliche Entwicklung Claude Shannon stützte sich auf Überlegungen von Harry Nyquist zur Übertragung endlicher Zahlenfolgen mittels trigonometrischer Polynome und auf die Theorie der Kardinalfunktionen von Edmund Taylor Whittaker und dessen Sohn John Magneton Whittaker. Zu ähnlichen Resultaten wie Nyquist kam Karl Küpfmüller im Jahre 1928. Erst die Recherchere der Eduard-Rhein-Stiftung haben die Priorität von Kotelnikow zweifelsfrei nachgewiesen. Dafür bekam er 1999 den Eduard-Rhein-Preis. Unabhängig von Kotelnikow bewies Herbert P. Rabe das Abtasttheorem im Jahre 1939. Artifakte Wird die Abtastfrequenz unbedacht zu klein gewählt, treten Artefakte auf. Diese nicht-linearen Verzerrungen sind auch unter dem Begriff alias Effekt bekannt. Bei Bildern treten eventuell phasenverschobene Schatten oder neue Strukturen auf, die im Original nicht enthalten sind. Tiefpass zur Verhinderung von Artefakten Eventuell enthaltene Signalanteile mit einer Frequenz größer der halben Abtastfrequenz müssen vor der Abtastung mit einem analogen Tiefpassfilter aus dem Signal entfernt werden, da es sonst zu Artefakten kommt. Die Artefakte sind alias Signale, die sich als störende Frequenzanteile bemerkbar machen. Wird zum Beispiel ein Sinussignal, das eine Frequenz von 1600 Hz hat mit einer Abtastfrequenz von 2000 Hz digitalisiert, erhält man ein 400 Hz alias Signal. Bei einer Abtastfrequenz über 3200 Hz entsteht dagegen kein Alias Signal. Eine Abtastfrequenz von BSPW 3300 Hz führt zu einem Differenzsignal von 1700 Hz. Dieses ist jedoch größer als die halbe Abtastrate und wird demnach bei der Rekonstruktion durch einen Tiefpass entfernt. Über Abtastung, wenn man eine höhere Abtastfrequenz wählt, erhält man keine zusätzlichen Informationen. Der Aufwand für Verarbeitung, Speicherung und Übertragung steigt jedoch, trotzdem wird über Abtastung häufig angewendet. Liegt nämlich die Nutzbandbreite B sehr nahe bei der halben Abtastfrequenz. So werden sehr hohe Anforderungen an die Flankensteilheit des Tiefpassfilters gestellt. Diese analogen Filter können häufig nur mit großem Aufwand abgeglichen werden. Über Abtastung erlaubt es, die Anforderungen an das analoge Tiefpassfilter drastisch zu reduzieren, indem die steilflankige Bandbegrenzung auf ein präzises Digitalfilter hoher Ordnung verlagert wird. In der Praxis wird häufig ein Überabtastungsfaktor M ist gleich 2 oder M ist gleich 4 gewählt, somit braucht man weniger steile analoge Filter vor dem Abtasten. Nach der ersten Abtastung wird dann ein digitales Filter vor der folgenden Abtastratenreduktion eingesetzt, womit die Abtastfrequenz nachträglich gesenkt wird. Dieses digitale Filter wird auch als Dezimationsfilter bezeichnet und kann beispielsweise in Form eines Cascaded Integrator-Com-Filters realisiert werden. Mathematisch ausgedrückt hat ein ideales Tiefpassfilter als Übertragungsfunktion eine Rechteckfunktion. Diese Übertragungsfunktion schneidet das Spektrum im Frequenzraum perfekt ab und das gefilterte Signal kann perfekt aus den Abtastpunkten rekonstruiert werden. Allerdings lässt sich ein ideales Tiefpassfilter nicht praktisch realisieren, da es nicht kausal und unendlich lang ist. Deswegen verwendet man analoge Tiefpassfilter, welche eine stetige, trapezienliche Übertragungsfunktion aufweisen und deren Flanken mit kontinuierlicher, endlicher Steigung zu bzw. abnehmen. Diese Filter können beispielsweise in Form von Butterworth-Filtern realisiert werden. Nach dem Abtasten erfolgt die digitale Glättung und das Heruntertakten auf die Nutzbandbreite. Die Flankensteilheit hat dabei einen Einfluss auf die Güte des rekonstruierten Signals. Unter Abtastung Die Bedingung FAPTAS II Fmax aus dem Abtasttheorem ist eine vereinfachte Darstellung, die allerdings sehr gebräuchlich und nützlich ist. Genau genommen muss anstelle von Fmax die Bandbreite stehen, die durch den Bereich zwischen niedrigster und höchster im Signal vorkommenden Frequenz definiert ist. Nur in Basisbandsignalen ist die Bandbreite mit Fmax identisch. Basisbandsignale sind Signale mit niederfrequenten Anteilen in der Nähe von 0 Hz. Diese Erkenntnis führte zu einem Konzept namens Bandpass unter Abtastung, das zum Beispiel in digitaler Radiotechnik Verwendung findet. Angenommen, man möchte alle Radiosender empfangen, die zwischen 88 und 108 MHz senden. Interpretiert man das Abtasttheorem wie bisher beschrieben, so müsste die Abtastfrequenz über 216 MHz liegen. Tatsächlich wird aber durch die Technik der Unterabtastung nur eine Abtastfrequenz von etwas mehr als 40 MHz benötigt. Voraussetzung dafür ist, dass vor der Abtastung aus dem Signal mittels Bandpassfilter alle Frequenzen außerhalb des Frequenzbereichs von 88 bis 108 MHz entfernt werden. Die Abtastung erfolgt beispielsweise mit 44 MHz. Ohne dass der relevante Bereich von einem analogen Mischer umgesetzt würde, das Ergebnis ist quasi ein Alias-Signal und entspricht dem Signal, das bei Abtastung eines per Mischer auf 0 bis 22 MHz umgesetzten Bereichs entstünde. Um in der Praxis die notwendige punktförmige Abtastung wenigstens näherungsweise realisieren zu können, muss die Abtasthalteschaltung jedoch derart ausgelegt werden, dass das Ausleseintervall so eng wird, wie es für eine Abtastfrequenz von 220 MHz oder mehr von Nöten wäre. Zu vergleichen ist das mit einer Abtastung mit 220 MHz, von der nur jeder fünfte Wert weiter benutzt wird, während die je vier dazwischenliegenden Abtastwerte verworfen werden.